Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es darum, ob Kaninchen Bärlauch fressen dürfen. Und falls ihr euch wundert, warum Kalle hier oben so dreckig ist, er hat eben gebuddelt. Kaninchen dürfen eigentlich Bärlauch essen. Wir haben hier sehr viel Bärlauch und ich werde davon jetzt noch was pflücken. Wenn man den Kaninchen Bärlauch füttert, dann sollte man aber gucken, dass das Bärlauch dann nur mal gemischt ist. Dass sie ein bisschen Bärlauch bekommen und dann wieder was anderes essen. Und wenn ich den Kaninchen Bärlauch gebe, dann bekommen sie meistens nur zwei Blätter so. Oder manchmal auch nur eins. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? krass oder was anderes essen die kann ich eben hier das ganze wasser Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert mich, damit ihr nichts mehr verpasst. Tschüss!